hey leute und willkommen zu einer neuen folge mit mir dem torben und dem toby und wir spielen wie in der letzten folge aufstehen mit village um ein bisschen abwechselnd das ganze reinzubringen die mitte ist hier ja toby pass auf das sind richtige rusher runden hier die map ist klein sag ich mal und man konnte ich baue dann erst mal schnell auf den grund habe ich gerade gesehen weil da geht so eine mit nein mach einfach zwei kisten davor das reicht wichtiger ist scheiß auf den innenauten hier ja die mitte unter kontrolle von team m etwas ist nur sagen dass ich selber wird um nirgends also liebe leute geht auf dem abstehe ich jetzt nicht so wirklich drauf dürfte leider ja könnte gerne machen werden und das erste gerade weggegangen ja und ich krieg den krieg jetzt komm schon gib mir ihn nein ich wollte ihn ja runterboxen war ja mitten am Ende der Mitte mitten am Ende der Mitte joo jao 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 ok der hinter dir oh ne der verfolgt mich und ich bin tot die haben auch schon zwei Kisten wenn du durchrennen kannst dann kannst du durchrennen nice beide sind down ne 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 ich kill die ok dann komm ich warte ach so dann bau die mit spinnen ja warte soll ich Spinnweben bringen nein ich kann aber eben Spinnweben bringen dann dann hast du aber kein Problem mit der ganzen Geschichte ich hab aber so kein Problem du brauchst vier Stück für den Spawnpunkt von denen du brauchst vier Stück für den Spawnpunkt von denen ja aber jetzt haben wir den innen doch hier ist er an unserer Base an unserer Base an unserer Base ja oh lol er springt einfach heißkalt runter ja er kommt zurück den blauen Tobi ich brauch dich gerade ja aber der oh leute ist der runterge... oh mein Gott ok wir brauchen das wir brauchen das ok wir können uns jetzt zu blau begeben Tobi aber alter das waren flicken zwei Minuten das alter ohne Witz ja komm ne ist scheißegal ein bisschen Action zwei Minuten zwei Minuten ja aber warte Tobi wir spielen mit denen ok Tobi wir spielen mit denen nicht das Bett abbauen wir bauen die jetzt mit Spinnweben ein und machen dann ein Achievement pass auf nein nicht so reicht das oh shit ich hab eins verplantet warte ich hole eben noch eins warte lass mich die zuerst töten geh mal weg geh mal weg ich bin dran aber das ist halt nie derselbe Spieler deswegen doch ist egal kommen wir hinten einfach weiter bis die Leften das Achievement können wir hier nicht machen wichtig asozial ok äh alter genau das gleiche habe ich in der letzten Folge gemacht alleine und das war so knapp auch mit Achievement vorbei aber hinten dass sie nicht mehr Leften können lol die können ja auch nicht Leften wenn wir die schnell genug töten achso deswegen habt ihr eben kommt kommt ja eins kommt ja eins oh Gott ich brauche ein neues Schwert ja warte ich lass den eben gut gehen komm mach schnell mach schnell kauf dir am besten direkt ein 2 ja mach ich hab ich ich äh ich geh gleich gegen mich und holen für ein zweites Eisenschwerter mach nicht schnell die gehen nie kaputt wir müssen die immer rechtzeitig töten das ist so also das ist so ihr müsst nicht mehr in die Lage von den armen Kindern da rein versetzen weißt du das ist mega cool wir werden jetzt vergewaltigt ja boah meine armer Zeigefinger sind aber auch die haben richtig vergewaltigt ey ja warum kriegst du eigentlich die ganze Zeit die Kills und ich mach nur die Assists achso weil du blockierst äh weil du kann dich hier leider nicht so richtig Tom du musst du musst so jetzt hör dir auch mal welche ja ähm ja ja hol gold aus der Mitte Tobi ja beeil dich oh mein gott das wird richtig knapp ne 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 ok wir haben Eisenschwert ist jeden Moment kaputt komm halt durch ok ok es hat wahrscheinlich noch so mit der Spitzhacke zwei durability ja ist kaputt ok dann mach ich Spitzhacke weiter ok ich hab's ich hab's oh mein gott das sind vergleichbar zu lange ne ich hab nichts mehr geh weg geh nicht mehr äh hast du noch 2 Gold für mich nicht ich könnte die also die werden welche PC einfach wenn wir ja von Minecraft komplett schließen mhm oh mein gott wenn wir beides achievement Gnade oder Killer erschienen das wäre so cool aber die wollen anscheinend noch spielen aber die respawn ja auch die ganze Zeit und wir versuchen es echt nochmal Stimmt das wäre die erste Folge wo du zu zweit bist mit Webcam ne aber bevor jetzt mein Audios oh nein die können ja leften ne 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 hab ich schonmal gemacht ähm aber aber äh bevor jetzt mein Audiospur zu Ende gegangen wäre hab ich mal ganz schnell mann ein Mann aber das ist ihr어지orde des Spannungsmodus gliedert alle alle sie an ja wohl anstärketflanzen märz doch macht um so schneller trotzdem in jeder eingebte hintermibel kann ich die Welt weil du hast jetzt gleich schon bestimmt Schätzing Member Zeigefinger glaubt zumindest dran ja bei der Stelle nachfolos diesem Vorlesen oder so dann macht sie richtig schnell fertig gleich. Ja, beeil dich. Und ich brauche auch ein neues Eisenschwert. Also nimm alles Gold. Wie ein neues Eisenschwert? Ja, einer hat geläftet. Oh shit. Oh shit. Komm schon. Ja, ich hab's. Okay, töte weiter, töte weiter, töte weiter. Ich hole mir jetzt die Stärke. Töte bitte weiter, töte bitte weiter. Tue ich, tue ich. Komm schnell, komm schnell. Okay, ich hole mir die Stärke, ich hole mir die Stärke. Töte weiter, töte weiter. Und lass mich. Du musst immer jumpen hinten. Ich mach die so schnell, die haben keine Chance. Die haben noch die Anfangs-Lex und dann töte ich die schon wieder. Es ist nur noch meine. Ja, weiß ich natürlich. Boah, das wäre so, als wenn du jetzt das Bett abrunden würdest, dann würde ich nie mehr mit dir aufnehmen. Na, guck mal, was ich gerade mache. Du Arschloch. Go, 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 boll. Dann haben wir die Folge Glastisch zum Achievement hat er gemacht. Ey, das wäre richtig cool. Das hätte, glaube ich, schon ein bisschen Swag. Torben. Hätte den Swag und das Money. Ja, Torben. Mein Internet wirklich wieder abschmeckt. Ach, nein. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Hi. Du bist gerade bei mir ein bisschen einmal um die halbe Welt gebackt. Das ist mega cool mit den Spinnennetzen und so. Die haben... Oh mein Gott, Tobi. Alter, wir versuchen das Bett einfach abzubauen. Tobi, ich krieg das. Ich krieg das, Alter. Guck mal, der leftet auch nicht, der korrekte Typ. Beziehungsweise er kann vielleicht gar nicht leften. Warum baust du da eine Kiste hin? Ich hab Eger noch. Ach, du baust da in allen noch mehr. Ich baue die einfach nicht. Ey, aber wenn ich das hab, dann spielen wir noch ein bisschen weiter mit dem, ne? Wir töten... Wir bauen hier noch nicht direkt das Betapod oder so. Wir spielen ja noch. Warte, du sagst mir, wenn ich springen soll. Okay, nee, ich muss hier stehen bleiben. Sonst bin ich out of range gleich. So, Torben, jetzt kannst du... Ab jetzt kannst du immer jumpen. Hinten. Ich hab eine Deckung, die ich gebaut. So eine Vergewaltigung. Ja! Oh mein Gott, Alter. Das ist ja mega geil. Ohne Witz, das müssen wir mal öfter machen. So, komm schon. Irgendwann muss ich da da rum. Der wird wahrscheinlich schon Minecraft geschlossen haben, Sounds aus und dann nebenbei YouTube-Videos gucken oder so. So, komm schon, gib mir das freaking Achievement her. Ich hab mal vor, der sieht sowas hinterher oder so. Oh mein Gott, das wäre voll cool. Boah, diese Folge ist so assisch. Ich glaube, ich schreibe seinen Namen mal in die Text rein. Soroy. Vielleicht suchst du dich ja mal selber, dann findet der vielleicht das Video. Wir lieben. Ja. Ne, schreib mal bitte, schreib mal bitte Lefty nicht oder sowas. Äh, du bist auf YouTube. Ne, nö, nö. Oh, ich hab es, ich hab es. Oh mein Gott. Oh. Gnadenloser Killer. Okay, lass ihn mir erstmal ein bisschen regenerieren, seine Muskeln. Er bewegt sich. Oh mein Gott, er schlägt mich noch nicht mal. Komm mal. Komm, er schreibt Hi. Hi. Hier, trinkt das. Hier, nimm dir das Schwert. Box uns. Wir brauchten nur das Achievement. Äh, Alter, wie cool ist der Typ. Ohne Witz, ich hol den jetzt erstmal. Was hol ich dem jetzt? Ich bin zu ihm reingesprungen. Oh geil. Alter, mach da ein Team, ey. Was hol ich dem? Ich möchte mir irgendwas schenken. Ich glaube, ich schenke ihm ein Eisenschwert. Ich baue den mal frei, ne? Ja, komm. Oh mein Gott, lass ihn mal in Ruhe leben. Ja, das ist so cool. Er ist einfach mega korrekt. Er war die ganze Zeit da, Alter. Er war die ganze Zeit, und jetzt, jetzt geht er einfach hier durch die Gegend. Und er wirft, er ist, oh mein Gott, er ist für den Frieden auf Erden. Guck mal, wer gerade hinterhergesprungen ist. Hi, ich bin mit dem jetzt hier in dem Turm drin. Er, er, er geht einfach über die Kiste raus. Soll ich ihn mal richtig eiskalt fragen, wo ist dein Bett? Nein, moin. Nein. Ähm, der rennt in die Mitte. Ich lass ihn, ne? Ich lass ihn mal. Joa. Er equippt sich gleich richtig gut und rennt einfach zu uns und baut unser Bett. Alter, der kriegt so viel Gold in der Mitte. Sollen wir das zulassen? Werde zum anderen zu? Ne, ich hab gerade alles eingesammelt. Keine Angst. Achso, okay, gut. Also er kriegt maximal einen Bogen zusammen. Ich finde, wir sollten ihn einmal töten, bevor er sich zu gut equippt. Der lag richtig viel. Hups, der lag. Tut mir leid. Oh man, ich fühle mich gerade nicht... Er schreibt Alter. Oh man, junger Alter. Ja, das war voll ohne... Ja, ohne Witz, der hätte sich Ender-Pairn alles gönnen können. Nein! Nein! Äh, äh, eins versus eins. Eins versus eins. Vollequip gegen Vollequip. Gegen mich. Ich baue sein Bett wieder ein. Ja. Hat dein Bett eingebaut. Eingebaut. Was macht er? Schreib es in dem Chat, Tom. Oh. Er bohrt sich irgendwie... Er bohrt sich... Er bohrt sich links zur Seite. Warum macht er das? Ich hole mir mal kurz einen Bogen. Hallo, Tom, findest du das okay? Finde ich nicht gerechtfertigt. Er schreibt... Er schreibt, hey, thanks. Ich liebe den Typen. Kein Ding. Wollen wir mich schreiben, das ist eine Aufnahme? Kannst du mal machen, ja. Ja, Tom hat mir erlaubt Werbung zu machen. Ohne? Finde ich toll. So, wir bauen jetzt hier zusammen durch ein Haus. Ich mit dem. Ist übrigens in Aufnahme. Zack, zack. So, ähm, wir brauchen... Wir brauchen... Ein wenig... Ein wenig... Glas. Glas. Glas sieht super aus. Hallo, YouTube. Du hast schon genug Hallo zu YouTube gesagt. What the fuck? Was war das denn für ein Satz? Ähm... Damit, dass du einfach nicht geläftet hast und die ganze Zeit wirklich dabei warst, wie wir dich genutzt haben, ey. Nein, wir haben dich hier lieb. Eine hundertneunte Folge Badwars aufgubst. Alter, das ist krass. Oh mein Gott. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, so hundertneun. Er hat jetzt... Er hat jetzt einfach sogar... Er hat jetzt einfach sogar das gemacht, was ich machen wollte. Der Typ ist... Für Mist... Für den Mist gibt's... Püchi-püchi-püchi-püchi. ein Abo Schreiber Gigi Er boxt mich noch nicht mal runter ich stehe von der Küpp hier am Abgrund in der Box mich nicht runter was ist das für ein Typ der ist so cool ich mag den auch man das tut mir so leid dass wir ihn jetzt so lange getrollt haben mir tut zwar leid dass wir den gleich besiegen müssen ich will da gar nicht dran denken ich überlege ich überlege ich glaube ich den Sohn Siegscher jetzt schenken nein das habe ich nicht vor am Ende soll der Sieg stehen nein aber ich mache einfach eins gegen eins gegen den passt das am Ende soll am Ende soll auf dem leider auch der Sieg stehen da müssen wir halt mit leben ja da muss er mit leben egal wie lange wir das da raus zögern können boah ich habe voll den Troll ja welchen ja wirst du gleich sehen wird auch nur überraschung für dich so oh ich kenne schon viele Trolls in Bad Wars Tobi ich troll eigentlich jeden Abend wenn ich mit unseren Stufenkollegen spiele so ähm wo sind Video Settings äh Clouds Off das äh ja ich hatte die gerade an das ist mit ach guck mal er ist hier er sammelt Gold amazing zack 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 aber ich glaube er sammelt das Gold nur um zu bauen nein der hat es mir gegeben oh mein Gott was ein Troll Tom Tobi guck mal was ich in den Abend teilt Tobi guck mal was wir gebaut haben guck mal was wir gebaut haben das ist doch hübsch oder ja alter das sieht richtig cool aus da möchte ich gerne drin wohnen ohne Witz da schwebt einfach so ein Haus ey ohne Witz oh mein Gott da mach ich jetzt erstmal ein Screenshot von dann muss ich mir hinterher nicht Tobi das sehe ich jetzt nicht ein nein warte äh das sehen wir jetzt nicht ein lass ihn mal lass ihn mal das finde ich absolut nicht in Ordnung ich finde dafür sollte der erstmal ein paar Popohiebel kriegen bau den mal wieder ein Tobi oh zu spät boah Junge ich hätte ihn fast getötet ey schreib mal unter einer Bedingung aber nur ups nur unter Tobi sollen wir in unserem Haus wohnen bleiben jetzt hier ja komm jetzt musst du die Bedingungen auch sagen ähm der soll in sein Haus zurückkommen das ich ihm gebaut habe und sagen wie es ihm gefällt du sollst in das Haus zurück nur alter wenn er uns gleich runterboxt sag wie es dir gefällt ja genau das soll er tun und wenn nicht dann kriegt er einen Bogenschuss in seine Fresse ok ok oh man ok pass auf Tobi dass er dich nicht runterboxt ich sag dir der macht uns sonst noch kalt ich bin der Türrechter sie stemme mich einfach ein ja lass dich nicht fertig machen bitte pass auf der ist hinter dir hat einen Bogen er ist Feind geworden er hat uns verraten ja der ist jetzt der ist echt ein bisschen gefährlich geworden hübsch ok er kommt glaube ich ich weiß nicht was er ist ich bin gerade auch am kaufen ach er steht da ich auch wie viel kostet das ähm sag mal 2 Gold äh ne mach ich wir schreiben ein Abo ich könnte ihn so einfach mit der Hand jetzt hier runterboxen und das beenden äh nein du bist nicht Tobi gönn ich mir gönn ich mir frag doch mal ein bisschen mit ihm ich verschöner das aus noch ein wenig mit Kisten ich hab ja 27 Stück man ich hätte gerne jetzt noch mal ein bisschen mit ihm gespielt als er unser Wett abgebaut hat ey er kühlt sich gerade richtig Tobi ich langsam kriege ihn ein bisschen Angst vor dem ja ich weiß was denn doch vor dem brauchst keine Angst zu haben der ist nur süß der kann nicht spielen ja gleich vielleicht kommt er und gibt ich bin nicht drauf er guckt das was ich bin ich weiß nicht so weit kann er ist ich bin oh mein Gott hat er viele Bögen wir sind einfach nicht zehn Bögen vor sich hin die Einzelbogen auf anscheinend oh ok das aus das auch schon gesagt auch er in die Mitte des Gotteses Nähne so nicht so fangen wir gar nicht an nein Junge der kann sich stärker alles und am Ende macht er uns ist das hier ja und ich habe auch ein ja ich aber nicht Junge der hat richtig viel Gold kassiert oh lol ich wollte dich nicht schlagen echt nicht tötet er dich? ne ich habe ihn aus Versehen mit er trinkt irgend ne das bin ich aua machen wir beide gleich eins gegen eins so ähm seid ihr together kanal schreibt mal ne ich gehöre nicht dazu ne weißt du was ich vorab tobe ich habe vor dem mit TNT zu töten in seinem Haus alter das wäre der troll des Jahrhunderts oder lass es mal machen Okay, bereitet du alles vor. Ich hab dem Haus schon eine Inneneinrichtung gepasst. Sehr gut. Du musst ihn gleich... Du musst ihn gleich... Oh mein Gott, was ist das für eine Inneneinrichtung? Wollen wir einfach Ja sagen? Okay, mach mal. Warte, ich baue dem Haus nämlich... Boah! Ich baue dem Haus jetzt nämlich einen doppelten Boden ein. Ja, ich lank ihn in der Zeit ab. Ich geb den jetzt gleich einfach. Das ist mega schwer, dem Haus einen doppelten Boden anzubauen. Das geht nicht. Oh Leute, Alter, ich mag den Kerl. Ich mag ihn. Ich glaube, ich baue hier... YouTube, made in Germany, YouTube. Okay. Er hat Wärmung gemacht. So. Warte, ich guck mal. Er kommt. Ja, warte, warte. Ich bin kurz Afghane. Ich guck einmal. Nein, Tobi, ich brauch dich. Zehn Abos. Zehn Abos, äh, läuft. Tobi! Wir haben... Zeig's nochmal von Afghane. Kommt überhaupt gar nicht angeblich rüber. Nö, aber hallo? Er kriegt jemand von uns ein Haus. Zum Preis von einem Abo, ja. Das stimmt, das ist eigentlich relativ günstig, ne? Eigentlich müsste er uns ja wie unsere ganzen Freunde ungefähr hundertmal abonnieren. Aber... Weil er unser bester Freund ist, braucht man das nicht. Das stimmt übrigens nicht. Wir haben uns nicht alle hundertmal angegeben. Das waren eigentlich nur wir. Ja, richtig. Also, ich bitte dich. Wer, wer lässt das schon andere machen, ne? Sowas macht man am liebsten selbst. Wo bist du, Ton? Ähm, ich bin hinter dem. Oh mein Gott, ich darf aufpassen, dass ich nicht selbst dabei draufgehe, ey. Ich muss mich direkt hochbauen, alles klar. So, ein TNT schonmal platziert. Aber um die volle Schutzkraft zu kriegen, brauchen wir natürlich zwei. Wolle. 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 Okay, Tobi. Stopp. Er will sich umbringen. Er will sich umbringen. Nein, Tobi, du musst ihn ins Haus locken, bitte. Einmal noch ins Haus gehen. Geh ins Haus. Einmal noch schreib. Und sag mir, wenn er... Nein! Das ist echt ein Witz. Das ist ein so... Mann, es wäre so cool gewesen. Es wäre... Es wäre das coolste... Wer ist denn Kitaro HD? Weiß ich nicht. Aber es wäre so... Das ist der Partner. Es wäre so cool gewesen, wenn er einfach in das Haus gegangen wäre und verreckt wäre, ey. Mann. Das wäre so... Mann, Alter, okay. Mann, dann halt nicht. Ja. Okay. Okay, Leute, 20 Minuten war die Folge. Alter, haben wir das rausgezwiggert, ey. Okay, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Je nachdem, was ihr haben wollt. Upsala. Ähm. Wer will das eigentlich? Wie bereits gesagt, könnt ihr natürlich gerne eure Fragen da lassen. Produzierst du jetzt vor oder nicht, Torben, eigentlich? Nein, noch nicht. Das ist noch... Okay, pass mal auf, dann machen wir dazu. Sollst du nicht genug hinkriegen, dann lade ich vielleicht mal ab und zu was auf. Du bist ja echt ein netter Kerl. Ein töfter Junge. Ähm. Auf jeden Fall... Tobi, jetzt geht in vier Sekunden... Ja, bleibt drin. Okay, also da mach ich jetzt hier drin die Verabschiedung, das ist natürlich super. Also Leute, ähm... Ja, ihr seht schon mal, was die nächste Map sein wird. Äh, nein, das wird nicht die nächste Map sein, weil wir hängen schon zu weit drin. Die spielen wir jetzt einfach so. Nein, ist egal. Nein, ist egal. Dann nimm einfach noch als Zusatz auf. Nimm als Bonus auf. Das ist dann aber eine 30 Minuten Folge. Scheiß drauf. Fanden wir schon lange nicht mehr. Komm, die freuen sich. Okay, gibt es eben ein Achievement, was wir machen können? Nö, nicht, dass ich wusste. Einfach so spielen. Wir haben gerade Scheiße gebaut. Ender Games, das ist zu lang, ne? Ja, das ist sozusagen. Das muss man in den Extravideo machen. Wir machen jetzt einfach irgendwie raus. Ja, okay. Passt du auf die Base aufbaust, du wirst eben ein bisschen ein mit Blöcken? Sehr geil, ob wir jetzt verlieren. Wir haben gerade die Runde gebrochen. Ich geh direkt einpfisten, ein Team. Achso, ich... A nice day here. For you. Oh mein Gott, er hat mich richtig geboxt, ey. Aber ich boxe ihn auch. Hat geleckt, aber ich hab ihn trotzdem gebrochen. Oh mein Gott, ich hab... Alter. Ich hab FPS-Einbrüche. Ich hab nur noch 200 FPS. Frame drops. Frame, die drops, die drops, die drops. Dankeschön, lieber Helfer von Team. Was weiß ich? Le... Oh man, er hat mich runtergeboxt. Ich war gerade an Team Gelb. Einer hat schon einen Bogen. Welches Team? Ähm... Gegenüber von uns. Oh ja, ich seh ihn. Schau ihn mal eben. Wäre very important, wenn wir die zuerst kriegen. Ja, ich rush den jetzt mit einem Gelben zusammen. Hoffentlich schaffst du das. Dann rush ich mal Gelb, ne? Weil Gelb hat jetzt keinen mehr in der Base. Was? Nein! Alter, er spammt ohnehin noch. Egal. Aber vernünftig. Okay, ne. Ich... Ich hab Gold. Ich komm' back. Komm. Oh mein Gott, hinter mir ist direkt einer Tobi, ein Gelber. Ich muss dir was sagen. Tobi? Du bist scheiße. Hinter dir ist einer. Der kannst du yellow waren. Mach doch weg. Ja, aber ich hab' viel Gold dabei. Ja, immer muss ich ihn weghauen. Ne, das war ich. Ich hab' den weghauen. Hol' dir einen Bogen. Ja. Hol' dir einen Bogen, sonst wirst du sterben. Mach nicht. Und ich geh' jetzt Team Rot vernichten, weil beide aus der in der Mitte sind. Das ist spitzmäßig. Töfte. Und cool zugleich. Oh, da kommt noch ein Gelber, ey. Find' ich absolut unangenehm. Oh mein Gott, Alter. Ich hab' ein bisschen Angst nur mit einer Spitzehacke. Tobi, lass mal zum Eisen bauen, okay? Alter, du hast auch echt nichts zu tun, oder? Oder? Nö. Da hast du was. Ach, wenn wir die Base von Team Rot haben, dann haben wir sogar Eisen. Okay. Oh mein Gott, das war richtig knapp, ey. Hast du einen Bogen? Ja, ja. Aber ich bin in dem Mittel. Und ich hab' den runtergesch... Ich? Ja, ich hab' den grün mit Bogen runtergeschossen. Das heißt... Ich wollt' gerade was sagen. Ich denke, dass wir die ein C sind. Aber Rot kriegt gleich jetzt auch einen Bogen. Äh, was ist mit Team Gelb? Team Gelb hat aber auch noch zwei. Team Gelb kommt ein. Ja. Okay. Den hol' ich mir ruhig. Deck, du grün. Der bohrt's zum Eisen, wichtig. Der bohrt's nicht zum Eisen. Ja, ich komme. Ich komme. Snack ihn dir. Nee, der schafft das. Nee, ich hab' ihn noch. Nein, er hat's geschafft. Aber ich schieße ihn ab, wenn er zurückgeht. Ist doch gut. Guck, ich bin jetzt in der Base. Was will er? Okay, hab' ihn getötet. Er hat nichts mehr. An Eisen. Das kann nicht wahr sein. Die boxen mich. Torben, ich brauch' dich hier. Nee, komm nicht. Nee, ich muss aufpassen, dass die sich hier nicht alle kippen. Grün hat schon wieder einen Bogen. Okay, die haben Gold gespart. Ja, Torben, dann bau dich jetzt mal zum Eisen, bitte. Weil die holen sich alle Eisen und wir haben... Ich werde von hinten. Ich bin tot. Ach, von unten? Läuft. Hätte ich dir sagen können. Hättest du machen können? Wäre klug gewesen. Hatte nämlich acht Eisen. Äh, acht Gold. Ah, YOLO. Guck, er kommt direkt zu uns. Er will uns ficken. Ich wette, er fickt uns. Nein. Nee. What? Hab' ihn. Komm, Torben. Nice. Okay, ich bau mich jetzt mal zum Eisen. Ich glaube, das ist... Ja, mach du das. Ich bin zumut für so einen langweiligen Job. Ja, das ist ja sowieso ziemlich schnell. Hier, ich bin schon da. Mach mich echt, warum du denn jetzt bekommen hast. Das find' ich... Aber das ist echt die kleinste Bett, was mit... Oder? Hier so... Ja, Farmland, weil... Die... Ich find' die übel. Ja. Ah, die ist geil. Ich weiß nicht, ob Farmland noch kleiner ist oder... Ich mag so kleine Maps eigentlich nicht. Weil... Na! Ich hab' ihn noch bekommen, Alter, im Flug. Das ist irgendwie, find' ich... Ja, ein bisschen wenig. Muss ich halt so sagen, jetzt. Von meinen Opinion her. So richtig von deiner Opinion. Ey, wie war Mathe heute bei dir? Mathe war gut bei mir. Und bei dir? Ja. Boah. Richtig unnützes Thema jetzt einfach in der Aufnahme mit anderen YouTubern zu besprechen. Mit anderen YouTubern vor allem. Ähm, ich wurde runtergekickt, als ich mich grade hochbauen wollte. Find' ich nicht in Ordnung. Ähm, ja, du deckst unsere Base, ne? Jetzt bin ich grade in der... Warte. Ja, is. Bin ja eh freiwillig zurückgekommen. Mann, alter Junge! Mann, alter Junge. Ghost Rider. Der ist auch nur da rauf... Außer einen runterzug... Okay. Der ist Ghost Killer. Ne, es gibt Ghost... Killer und Ghost Rider. Jetzt bist du, äh, nämlich dran mit auf Base aufpassen und ich hab' den nächsten Versuch. Es gibt Ghost Rider und Ghost Killer, aber Ghost Killer ist in einem anderen Team. Was soll das denn die ganze Zeit? Ja, versteh' ich auch nicht. Dass wir den Sinn des Spiels befolgen. Das ist echt absolut Horror. Aber ich find' wir sollten die auch mal in Ruhe lassen. So, ich bring' mal 8 Gold. Huuuuhh. Sorry. Thornton? Du bist Thornton. Mann, alter Weiße, da bist du zwei Blöcke voll. Deswegen mag ich diese Map nicht. Ja. Tobi. Guck, deswegen mag ich kleine Maps nicht. Weil hier wirklich jeder Noob mit nem Bogen schießen kann. Thornton, du bist auch ein Noob. Bin ich nicht? Ah, bin ich nicht? Ja, hallo? Abschaum? Du bist mich verarschen, ey. Du setzt mich wohl doch nicht mit diesen Typen da gleich. Ich spare noch auf 4 Gold. Ähm, ja. Dann wäre das in einem großen Zugang. Da kommt eine Vorsicht, der Typ. Ja, der Typ. Lebst du noch? Bist du der Tobi oder ist dein Internet weg? Oh, ey. Ich denke, sein Internet ist weg. Ich denke, absolut, sein Internet ist weg. Geile Matiker. Geil! Alter, schreit doch nicht wie so ein Behinderter. Ich hab wieder gekickt, Alter. Ich weiß. Ja, Leute, dann würde ich sagen... Hau die Runde noch zu Ende. Wie soll ich die denn zu Ende machen? Als ob ich das schaffe. Okay, ich versuch's. Aber als ob ich das schaffe, ey. Das ist nicht machbar. Die können immer mit einem rushen, der andere deckt die Base. Kann ich nicht... Etwas 6, 5, 7. Alter, ohne Witz. Der gibt mir aber eine dicke Kombo mit seinem hässigen Stock. Ich bin tot. Das ist ein Problem. In 3... 2... 1... Instant Typ incoming. Nein. Nicht. Okay. Oh mein Gott, Alter. Ich hab mega Standbild auch bei mir. Okay, nicht mehr. Ich verstehe nicht, was manchmal mit dem Gommelserver los ist. Der ist manchmal ein wenig am rum. Spacken. Spacken. Kanacken. Spacken, Kanacken, Dacken, Wacken, Packen. Okay, pass auf. Och man, das wäre so schön gewesen, der gäbe jetzt von hinten mit von mir mit Ärger bekommen. Genau das wollte ich sagen. Nur in anderen Worten. Dafür habe ich ihm sein Gold gesnaggelt. Bist du eigentlich noch da? Hm. Ich hab mal so beleidigt. Wäre ich an deiner Stelle auch? Weil ich nicht... Weil ich nicht zu dir joinen kann. Das ist bitter. Crafting Creepers. Der ist irgendwie zu dir gekommen. Aber ich kann auch nicht zu ihm joinen. Läuft. Ja, vielleicht weil du die Sperre hast. Man kann nämlich zu mir joinen. Ernsthaft, warum nicht das? Wasch wasch. Also mit der Sperre kann man... Wasch wasch. Selbstverständlich asozial. Das ist so unfair. Ich komme nun gar nicht da dran. Oh, ich glaube sie kommen. Ich sollte mir vielleicht mal einen Bogen zulegen. Was hältst du von dieser Geschichte? Ich spiele jetzt. Gibt's denn hier noch? Wir entwickeln, dann testen wir Ideen. Mann ey, das ist... Das ist doch schon wieder gemein. Was soll ich denn gegen die machen? Was ist denn Color It? Color It ist... Ich glaube da hast du so einen Boden und färbst ihn immer ein und dann... irgendwie so was. Tobi Zockel. P0. Lord Rambo. So. Was spielen wir? Nix. Das ist ein bisschen unfair. Weißt du, diese Leute, die einfach in irgendwelche Runden joinen und dann... Huh? Ja, gut, dass man nur die Hälfte deines Satzes verstanden hat. Aber ich denke, das ist nicht... Die Leute, die in irgendwelche Runden joinen und dann erst fragen. Was probieren wir eigentlich? Ja, das sind die coolsten. Auf jeden Fall. Lightblowers. Krass. Okay, oh mein Gott Tobi, ich kann's schaffen. Oh mein Gott Tobi, ich kann's schaffen. Ich bin able, es zu tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Leute... Ein Team vernichtet. Hä? Wie? Du hast ein Team vernichtet? Ja, eins ist komplett raus. Jetzt habe ich nur noch grün. Okay. Alter Torben. Du hast ja einen Schagen. Hier geh auch drauf rein. Dankeschön auf jeden Fall. Penning auf jeden Fall. Sehr gut auf jeden Fall. Weißt du was ich mit denen mache? Da kommt jetzt die ganz alte, alte Tatschüche mit Horde. Ich braue mich einfach steil hoch. Ja, der Torben geht steil. Das war ja richtig amüsant. Richtig lustig auch. Unter anderem So Dann baue ich mich einfach über deren Köpfen Zu deren Base Das war richtig cool So Und dann haben die nämlich oben ein Loch drin Von wer aus Ich die Gurt abschießen kann Weißt du Bescheid So einer down Und jetzt komme ich nämlich From the other side Oh mein Gott, er hat mich gut gehittet Da hat er meine Hitbox ausgenutzt Ohne Witz Das sah ziemlich Verdächtig aus, aber gut Okay, anderes Leute Okay, Joby Das läuft bei dir Soll ich den Status-Update geben Mein Bett wird hier im Moment abgebaut Weil ich hier komisch nicht mehr Oh Mann, das ist diese Inkompetenz Die kann auch echt nur ich Vielleicht ist das jetzt nicht gewachsen Weil ich jetzt unter Druck stehe Oh mein Gott Oh mein Gott Ist er Er kann nichts mehr überraschen Da, das nicht Da ist ab Guten Tag mein Freund So, GG Leute Da habe ich die Runde tatsächlich für Tobi noch gewonnen Und ja Leute Wenn es euch gefallen hat Yo, I know Hä? Ja, die Hä? Was ist los? Welcher hat gewonnen? Loll, als ob Ja wirklich Was haben die geschrieben? Coole Hacks Und Ja Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr natürlich eine positive Bewertung dalassen Wenn ihr mehr Folgen wieder mit Tobi sehen wollt Schreibt es bitte in die Kommentare Genauso wie ihr weiterhin eure Fragen in die Kommentare schreiben könnt Reicht ihr in einem nächsten Weil ich die ja in einem Vlog Ihr könnt mir übrigens auch 100 Euro spenden Das könnt ihr natürlich auch tun Damit ich mir ein besseres Internet leisten kann Aber eure Fragen könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben Weil ich die ja in einem Vlog im Urlaub dann beantworten werde Weil das nehmen bestimmt jetzt wieder so 5 Leute ernst Ich meine, äh, das ist so längst das gilt Ähm, und Aber egal Genau Wenn ihr die nächste Woche verpassen wollt Könnt ihr gerne abonnieren Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Äh, Tobi Oder auch nicht Du hast nicht für Optifine gespendet, ne? Äh, what? Boah, ich möchte unbedingt mal so ein Cape haben Ah, egal Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal Nein, warum sollte ich dafür spenden, Alter? Weiß es nicht Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich bin nicht so ein scheiß Cape Ich schon Und da rein Und tschau